Ja, heute fahren ca. 100 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hier in Wenigsen. Und was könnte besser passieren als eine neue Umfrage für Niedersachsen? Diese Umfrage sagt aus, dass die SPD erstmals wieder stärkste politische Kraft in Niedersachsen sein kann und sich 61% der Bevölkerung in Niedersachsen eine rot-grüne Mehrheit wünschen. Also eine Steilvorlage, finde ich, für einen zukünftigen Landtag. Selbstverständlich. Mich hat das Umfrageergebnis auch sehr gefreut. Und besonders wichtig sind solche Veranstaltungen auch deshalb, weil dort die ganze Region zusammenkommt. Von Hemmingen bis Springe, von Ronnenberg bis Wenigsen. Und dort werden Themen gemeinsam diskutiert, die man vielleicht sonst nur unter sich besprechen würde. Vielen Dank. Vielen Dank.